Hallo Schaf. Ich bin ein Schaf. Ich bin sehr hyperintelligent und scharf. Ich bin hyperintelligent und scharf. Und was bist du? Äh... Flupp. Flupp und... Flupp. Okay. Das reicht aber langsam. Das müssen wir sich verarschen. So, Mensch. Eins, zwei... Huch, Moment. Drei. So, da haben wir noch was. Und hier... Jetzt kann ich alles wieder aufheben. So. Ähm... Holz... Moment, das nicht. Ähm... Holz... Und... Holz... Und... Und... Dann haben wir hier noch... Es ist gerade ein sehr durch einanderes... Durch einanderes... Durch einanderer mit dem Holz, damit es hier irgendwas wird. So, jetzt habe ich es auch. Hier brauche ich eine Wirklichkeit einen Zaun. Das ist nicht wirklich so dringend. Und... Tadaa... Und... Tadaa... Und... Tadaa... Das gefällt mir einfach. So... Das ist auch scheiße hier. So... Nur damit ich es mal erwähnt habe. Jetzt muss ich gucken. Ich habe hier... Das heißt, ich kann hier noch ein Gitter hinbauen. So... So... Das endet dann hier. Huch... Habe ich hier noch einen Gatter? Ich mache mal die Wege. Das ist der Hauptweg hier. Hier geht es hier rum. Theoretisch... genauso jetzt muss ich nur noch was haben um alles aussammeln zu können hier 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 habe ich jetzt noch eine Frage aber ich darf doch gucken wo ich das auch hier hier geht dann los möglicherweise auch noch eins lass mich in Ruhe so dann habe ich jetzt nicht hier eins zwei drei vier so wird das jetzt ein bisschen groß da kann ich auch gut zwei draus machen genau so hier ja sind alle ein bisschen groß geworden oh hallo du verrückter Sender Creeper du hast Probleme mit 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 hallo wie ich bogenschütze verabscheue gut dann geht es weiter haben wir noch haben wir noch haben wir noch 13 Zäune ok dann hole ich immer ganz oh mein goooood so wie kommen die da rüber sehr schön dann kann ich mir jetzt doch wieder ein paar und 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 ich habe glaube ich erst mal eine kiste so da kommt mir diese ganze unwichtige zeug rein was ich gerade nicht brauche so und dann kann ich jetzt endlich ungestört mit ein paar zäune machen das ist ja traumhaft fast schon als ihr verholzt drauf geht ja das ist das darfst du keinem erzählen so ein paar zäune da kommt was von hinten ach so ist nur ein schaf ein schaf das seines weges nicht findet aber das ist das kein schaf hallo hallo stimmt 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 aber das schwert geht kaputt ich will sie mich gar nicht haben eigentlich deswegen habe ich drauf leider nicht halte doch mal ein bisschen mehr aus leute ich will meinen jack kaputt machen ja das sollte reichen dann kann ich hier noch eins hin machen und dann kann hier auch noch eins hin zehn gatter brauche ich ja gern habe ich jetzt schon mal wieder drei gemacht heißt beworben noch sieben so weg damit jetzt brauchen wir noch sechs jetzt brauchen wir noch vier, fünf moment ein habe ich noch ein starten der da jetzt brauchen wir noch vier jetzt brauchen wir noch drei das läuft echt super zwei ich habe eine ganz große ecke hier übrig vielleicht baue ich denn hier noch so ein kleines farmhaus hin mit kann auch sein hier noch mal so eine wolle fabrik dann hinkommt mehr oder weniger häuser sind ja immer cool und sieht immer gut aus so das heißt ich werde jetzt reicht mein holz wieder nicht mein gott immer beim letzten mal das ist nicht schön so ok dann tun wir das auch noch alles zu holz verarbeiten so es wird jetzt ein bisschen doof hier ich glaube das werde ich mal hier eins weiter reinziehen genau das ist ja halbwegs noch eine gitterform so und dann fehlt mir noch eins und das kommt dann einfach hierhin fertig dann habe ich die ganze gitter fertig die ich brauche für die schafe und dann kann hier die mitte jetzt komplett noch einmal du musst aber sterben kommt hier die mit jetzt komplett einmal noch ein haus hin das dann für die schafszucht verantwortlich ist warum auch nicht so gesehen wir sehen ganz gut aus ja genau die frage ist natürlich eher wie schaffe ich die schafe hier runter das werde ich jetzt mal probieren aber ich glaube es geht voll nach hinten los wenn ich das mache oder geht das voll nach hinten los ich glaube schon wir probieren das beim nächsten mal liebe freunde wir haben echt viel geschafft wenn man jetzt von hier oben mal runter guckt so schau mal von hier oben moment ich weiß wo das kann jetzt hier her dann kann ich mal das rohe rinderfleisch kurz essen mal schauen wir haben da hinten nicht einiges gebastelt jetzt sieht richtig gut aus da kommen dann noch hier vorne wird dann noch ein weg hinkommen hier dann werden hier der rest wird ausgefüllt mit bäumen da hinten was da hinten dann kommt weiß ich nicht da wird dann noch ein haus hingebaut ja und dann haben wir hier ein riesen stück vom vom dings wieder so macht es echt cool okay bis zum nächsten mal tschüss